Gameplay Demonstration von, ja, von dem Typ da, Teos of the Kingdom Gameplay, ich bin sehr gespannt. Ist der Ton laut genug, Leute? Abgeschlossen. Mit dem Kack-Controller spielt der? Das ist kein Pro-Controller. Ey, ganz kurz, darf ich zwischendurch ein bisschen stoppen? Erstmal, mein Kopfhörer ist leer, das ist schlecht. Zwischendurch ein bisschen stoppen und ein bisschen analysieren, was wir so sehen. Die Quali, ich kann auch wieder nichts dafür, die Quali ist wieder richtig schlecht. Also, das Overlay, man sieht es oben links, ist genauso wie vorher mit dem Schild und der Waffe. Aber ich sehe keine Energieleiste. Aber ich weiß nicht, ob man das auf dem Pferd überhaupt gesehen hat. Hier, wo ich drüber bin, sieht auch alles aus wie immer. Mit Temperatur, wie laut man ist und Tageszeit. Es ist nicht exakt dieselbe Welt. Es ist nicht exakt dieselbe Welt. Ich weiß, wo das ist. Relativ am Anfang. Okay, da ist die Energie. Es ist wieder die normale Energieleiste. Aber was ist das L da oben? Was ist das L da oben? Rewind. Aha! Es fällt also ein Stein runter. Du kannst ihn zurückspulen, so wie das schon vor drei Jahren geglaubt wurde. Und dann katapultiert er sich wieder hoch. Ja, das ist das L da oben. Da sind sich seit 100 Jahren auf der Geistel. Diese Geistchen sind schon immer in der Geistchenland. Das ist so, wo es dort gibt, mit der Geistchenland am Monat zu verhalten. Im Nach pressen wird sich nach der Groen. Seien wird noch eine Luftgeistliche Gericht. Ich habe noch etwas vom Geistchenland. Können wir mal ganz kurz festhalten, dass das Game auf der gleichen Konsole läuft wie Pokémon, Purpur und Pokémon, Karmazin. Könnt ihr das immer bitte im Hinterkopf behalten? Die Schatten, den Schatten, wie man den empfängt, die Details, die Texturen, die Frames. Okay, ich glaube Waffen können wieder kaputt gehen. Es tut mir leid, ich kann die Quali, die Quali ist auf, ist auf HD, es sieht aber sehr schlecht aus. Das Problem hat Nintendo öfter mit ihren Trailern. Was, was hat der gemacht? Ich habe nicht hingeguckt. Eine weitere neue Fähigkeit. Wir nehmen die Route und diesen Felsen. Okay, das sind die Fähigkeiten da oben links. Synthese. Wenn wir der, dieser Anuma oder wer der heißt, der fühlt es richtig, ne? Alle möglichen Ergebnisse erzählen. Okay, kein Wunder, dass das so lange gedauert hat mit der Entwicklung, wenn die alles mit allem irgendwie kombinieren müssen. Man kann zwei Waffen verbinden. Da wird so crazy Sachen geben. Pfeile mit allem möglichen. Pfeile mit allem möglichen. Hey, alleine das, was sie da gerade zeigen, er sieht besser aus als alles in Pokémon. Oh, Sniper. Oh ja, der Sniper. Homing. Homing Arrows. Okay, das animiert natürlich wieder extrem zum Sammeln an. Am Anfang wird alles gesammelt und... Mit dem Pilz. Es wird alles gesammelt und alles verbunden. Ja? Okay, das finde ich cool. Das finde ich cool. Das finde ich cool. Der baut sich jetzt ein Boot. Auf einmal kannst du da craften. Ultra Hand? Ist das deren Antwort auf Crafting? Guck dir mal an, du kannst das... Hallo. Alter. Moin, Filos. Guck dir mal an, du kannst. Kann er das auch drehen? Da unten statt Rotate. Ja, er kann es rotaten. Dann macht es sich einfach ein Schnellboot. Ey, da werden so krasse Konstruktionen kommen, Leute. Ihr versteht das nicht. So kann man sich bestimmt auch Flugzeug und sowas bauen. Ja? Ja? Oh ja. Sagt er gleich auch noch ein bisschen was? Soll es hier sein, dass man hier die Knie durchsucht. Das ist eine Art von Tore-Luf, aber es ist eine Art von Tore-Luf, wo man dort auf dem Kaiso ist, wo man dort auf dem Kaisong ist. Das ist ein Beispiel für eine Runde. Aber wenn man dort auf dem Kaisong ist, wo man dort auf dem Kaisong ist, wo man dort auf dem Kaisong ist. 例えば, hier ist ein kuchen. Da greetings nach oben. Hier sind die Kuchen aufbauen. Das ist ein Torch. Das ist ein Torch. Das ist ein Torch. Das ist ein Torch. Wenn man oben auf dem Torch. Ich bin gerade hin und weg. Sagt er gleich noch auch was zur Story, weil das ist alles cool, mega, mega nice, du kannst die Welt abforschen und ja. Okay, es dauert doch ganz schön lang, bis sie unten ist, das kommt mir doof vor. Okay, man kann Speed Up, okay, gut. Also es ist alles mega cool, aber ich hätte auch nichts anderes von Zelda erwartet. Sagt er noch, was du tun sollst? Wie war es? Wie war es? Das waren schon 10 Minuten? Wie viele Crocs diesmal? Ich bin absolut hin und weg. 12. Mai. Ich habe so Bock. Ist das schon bekannt? Ist das bekannt oder ist das gerade neu? Ja, ist bekannt. Gab Leaks. Also nicht offiziell bekannt. Alter, die sieht geil aus. Scheiße, die brauche ich. Kann man die schon vorbestellen? Wir brauchen einen Link. Ab 28. Ab 28. Ein Monat. Ähm. Oh. Das brauche ich alles. Das brauche ich alles leider. Mist. Das brauche ich alles. Geiler Trailer. Sehr, sehr geiler Gameplay Trailer. Den Pro Controller brauchst du. Ich brauche alles 3. Äh. Hier. Ne, mein Geld will ich haben. Will ich sofort bestellen. wirds diesen